Und ja, direkt wieder in der nächsten Folge, nächste Runde, sag ich jetzt einfach mal, wir sind wieder auf dieser Kack-Map. Da ist der Keller sogar hier in der Nähe. Wir holen uns mal ein Item. Wirkliches Ritual, ein neues Item zu bekommen und abzuhauen. Dreimal das Ganze. Einmal hab ich schon geschafft. Na, schauen, wie wir jetzt weiterkommen. Au, grüne Taschenlampe. Sehr schön. Und können wir auch im Notfall was anfangen. Geist. Okay. War sogar relativ gut dagegen. Mal jetzt hier zu dritt ein Kratum machen. Idiot. Warum fuckst du denn ab, Mann? Das ist halt ein High-Wank, Mann. Hättet ihr nicht mal annähernd den Grund abzufacken. Mal zu dem Generator, ja. Egal. Ihr wartet ja dann eine halbe Stunde. Wenn man mit anfängt. Meins hat anscheinend einen gefunden. Aber wir sind nur zu dritt. Wow. Das ist natürlich dann scheiße. Wettel den Generator gern fertig machen. Von dem Warrag gerade, oder? Na doch, da ist er. Hm, ich nehm aber keine Bewegung mehr wahr. Gut, hätte jetzt nicht unbedingt den hier weitermachen müssen, weil er eh schon wieder fast kaputt ist. Oh, macht ja nix. Immerhin ist der Geist nicht so OP mit One-Shots, et cetera. Okay, Jack ist wieder hier. Neck auch. Warum? Oh, grüne Taschenlampe. Da kann man auch einfach so mal zwischendurch sowas machen. Taschenlampe. Schon relativ OP. Wie der Medkit? Hätte ich eigentlich gerne. Merke ich mir einfach mal. Bei Taschenlampe bringt natürlich jetzt mehr. Ja, wir haben halt Plünderer mit dabei. Also wir fahren jetzt ein oder andere Ziel. Aber so eine Tasche wäre schon... Vielleicht zeige ich jetzt mal. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. waschenlampe grün einfach mehrere generator und immer starten dann ist er verwirrt wo man gerade dran arbeitet er hat einen getroffen weit weg von den erster hit dazu schauen ob er komplett bekommt wird im moment noch nicht so aus könnten jetzt jetzt schon retten aber ich will lieber ein hook rescue haben und Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, sie ist schneller Der Mad-Kit ist immer noch da, oh, der Mad Den auf, nice Nice, Killer-Stun, Ablegungsmanöver entkommen Damit Meine Taschenlampe ist alle Meine Taschenlampe ist alle Und mal zu neuem Das war, dass er sich nicht Der Mad-Kit holt Killer-Geist hat hier immer noch rum Haha, Geist So, Dude, Flick Und jetzt nicht mehr ein Haken, bitte Ami-Kahn Auf geht's Generatoren Wir haben halt hier zwei nebeneinander Die beide zur Hälfte jetzt sind Mittlerweile Kann halt jederzeit der Killer jetzt hier vorbeikommen Ich glaube, so viele Objektiv-Punkte Habe ich schon lange nicht mitgekommen Habe ich nicht gesehen, wo er lag Irgendwo in die Das wird ein Keller Kann natürlich auch sein Nein, wird kein Keller Nice Ciao Okay Oh, come on! ich glaube ich nehme lieber das lieber mad pick aber gegen ein facecamp machst du halt gar nix ich hoffe er struggelt jetzt noch lange genug aber wahrscheinlich max in die kategorie schlägt sogar noch auf sie ein aber bringt ihm halt nix was bringt ihm das jetzt er kriegt nicht mal ein pipp da durch ein blackpip wenn man zwei leute sequifer ist auch fliegt was nicht ähnlich da naja ich hab mein item dabei vielleicht kriegt er jetzt noch die trapdoor beim escapen kann ja sein da ist die trapdoor ok nice mhm warte die ränge weiß ich gar nicht ob die ränge stimmen ich hoffe mal nicht ich hoffe mal nicht ich hoffe mal nicht